Ach Leute, Gott sei Dank bin ich nicht pauschal davon ausgegangen, dass wir dieses Spiel definitiv gewinnen würden und wurde dementsprechend nur in meinem Optimismus getrübt und nicht in meinen kompletten Erwartungen für die gesamte Saison, aber das ist ja wirklich alter Verwalter. Sel kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal, 96 verliert 0 zu 3, da kann ich eigentlich nur lachen, gegen Hansa Rostock, zu Hause im ersten Heimspiel der Saison, nachdem wir letzte Woche Werder wirklich über weite Strecken hin nicht nur die Stirn geboten haben, sondern klar besser waren, das Ding hätten gewinnen müssen, kommt jetzt ein Aufsteiger nach Hannover und nimmt uns komplett hops. Das ist ein Offenbarungseid gewesen, Gott sei Dank aber gleichzeitig auch für die ganzen Desillusionierten bzw. für die, oder ne, das ist falsche Beruflichkeit für die ganzen, auf Englisch heißt es deluded, aber ich habe doch keine Ahnung, für die ganzen Leute, die dachten 96 wäre jetzt voll im Aufstiegsrennen dabei, direkt mal der Dämpfer, es ist alles beim alten 96 Spiel gegen große Gegner gut und gegen kleinere, kleinere, vermeintlich kleinere, wie ich so oft gesagt habe, Gegner, ja, verkaufen sie sich wie jedes Mal absolut schlecht. Letzte Saison gegen Würzburg, bestes Beispiel, beide Spiele verloren, die sind sang und kleinlos abgestiegen, für 96 hat es zweimal trotzdem gereicht, jetzt kommt Hansa, die haben das erste Spiel 1 zu 3 gegen Karlsruhe verloren, zugegebenermaßen, da waren sie auch schon nicht so schlecht, haben halt vier Torschüsse kassiert, drei waren drin, Karlsruhe hat das abgezockt und gut gemacht, dem KSC hat auch der Schiri ein bisschen geholfen, weil halt eben die Abseitsposition von Streli Mamba, die zumindest mal ja regelmäßig in Ordnung, aber behindert hat er beim Kopfball von Verhug eigentlich niemanden, weil das Tor dementsprechend aberkannt wurde, aber da waren sie auch schon nicht so schlecht und heute waren sie halt einfach gnadenlos effizient und haben genau das gemacht, was ich befürchtet habe, nämlich 96, einfach keinen Raum zur Entfaltung gelassen, aber dazu komme ich gleich nochmal, weil das haben die 96er auch nicht wirklich versucht. Das war wirklich, wie gesagt, ein Offenbarungseid, weil es einfach nur schlecht war, es war wirklich einfach nur schlecht, normalerweise würde ich jetzt symbolisch hier, oder habe ich letzte Saison gemacht, dieses Trikot ausziehen, mir was anderes anziehen, aber es ist ja nicht so, dass ich 96 nicht liebe, ich bin halt einfach nur gnadenlos enttäuscht zum einen von dem Auftritt der Mannschaft, jeder Fan, der heute im Stadion war, tut mir leid, ich schwimme in Selbstmitleid, dass ich mir dieses Spiel gerade angeguckt habe, ich habe das erste Mal seit langer Zeit wieder ein Spiel wirklich auf dem Fernseher geguckt, nebenbei nichts anderes gemacht, es hat sich absolut ausgezahlt, indem wir 3-0 verloren haben, ich hätte auch anscheinend mein Trikot nicht anziehen dürfen, das war völlig falsch von mir eingeordnet, das war anscheinend auch, das ist ja immer natürlich absoluter Quatsch, weil das hat natürlich nichts damit zu tun, das ist ja nur Aberglaube, aber trotzdem war das einfach nur grottig, und zwar in so vielen verschiedenen Hinsichten, dass es wirklich richtig dolle wehtut. Und ich meine, erstmal, Hansa gönne ich nichts Schlechtes, Hansa hat auch heute kein schlechtes Spiel gemacht, wie gesagt, normalerweise ist jeder Gegner, den wir spielen, prinzipiell nach dem Spiel immer der schlimmste Gegner, gegen den wir je gespielt haben, bei Hansa kann ich das heute nicht sagen, da war niemand dabei, der mich heute wirklich genervt hat, der wirklich irgendwie ekelhaft gespielt hat, zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre, die haben guten, ehrlichen Fußball gespielt, effektiven Fußball gespielt, haben gekämpft, haben sich reingehauen, haben das gemacht, sich auf das berufen, was sie können, was 96 über weise Strecken überhaupt nicht hingekriegt hat, und haben am Ende völlig verdient dann auch gewonnen, und in der Höhe, ja, kann man drüber diskutieren, aber es ist ein schöner Denkzettel für 96, und den haben wir einfach auch notwendig, oder haben wir einfach auch nötig. Kommen wir aber zum Endergebnis, komme ich gleich nochmal, ich will erstmal kurz über den Spielverlauf reden, weil es sah anfangs wirklich nicht so schlecht aus, beim besten Willen nicht, es war anfangs okay, mit ein bisschen Glück, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Rosbach, keine Ahnung, der Innenverteid mit dem Helm, der Helmi, mit ein bisschen Glück, rätst du ja rein, noch von Ernst ins eigene Tor, wir hatten eine gute Kopfballgelegenheit durch Franke, das sah alles ganz okay aus, ganz gefällig, und dann kam der Bruch im 96-Spiel, und ich will dem beim besten Willen keine Schuld zuweisen, und das ist für mich auch nur so mental die Szene, mit der ich verknüpfe, dass danach nichts mehr ging, Seymour Oya geht in den 16, er ist am Verteidiger vorbei, und entscheidet sich für die Schwalbe, steht auf, entschuldigt sie doch noch wirklich, aber völlig zu Recht die gelbe Karte, und im Endeffekt war das die letzte positive Offensivaktion, so vom Spielerischen her, die man im ersten Durchgang gefühlt gesehen hat, vielleicht vergesse ich irgendwas, aber ich glaube nicht, es gab schöne Ansätze, Ernst hat ein tolles Spiel gemacht, Kerk hatte einige gute Ideen, aber so richtig gut lief nichts mehr zusammen, und dann kam Rostock eben, und das war ein bezeichnender Angriff, weil das ist halt ein Angriff gewesen, der nicht sofort zum Torerfolg geführt hat, aber es hat sich über den gesamten Angriff, über die gesamte Minute oder zwei Minuten, die es war, hat es sich angedeutet, ja, erstmal, ich weiß nicht, wie das da zustande gekommen ist, Verhug auf jeden Fall auf der linken Seite, also auf der rechten 96-Seite, gegen Muroja relativ frei durchgekommen, Muroja, der vorher wirklich gut gespielt hat, auch eine klasse Ballerung, super Pass auf Duxch, der stand leider am Abseits, aber das war richtig stark, aber wie gesagt, auch bei ihm, diese Schwalbe halt, damit kam der Bruch, vielleicht konnte er da auch nicht so reingehen, wie er sonst reingegangen wäre, weil er schon gelb hatte, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall kommt Verhug zum Abschluss, Zieler lässt ihn nach vorne klatschen, kann man sagen, gut, den kannst du besser klären, aber im Endeffekt, er hat ihn gehalten, das ist das Wichtige, der Ball wird rausgebracht, dann nochmal per Flanke rein in 16er von 96 und Streli Mamba mit dem Kopfball, den Zieler wirklich hervorragend hält, aus dem Winkel fischt, dadurch gibt es aber eine Ecke, die Ecke, ja, wird zu einer weiteren Ecke geklärt, in Anführungsstrichen von Zieler und nach der Ecke blockt Valette den Schuss von Behrens, Behrens orientiert sich aber auch, was in der Situation logisch ist, weil er halt nicht die Dynamik hatte, mit der Valette den Schuss geblockt hat, der noch ein bisschen in die Richtung quasi gegangen ist und Behrens konnte sich nach seinem Schuss sofort in die Richtung orientieren und da kam dann die Ablage hin, er schießt direkt mit links in den Winkel, Zieler kann nichts machen, da steht 1-0 für Rostock, hat sich in dem Angriff angedeutet, ist halt irgendwo unglücklich, weil es halt ein Abpraller war, ein Abpraller dann abgelegt, dann reingemacht, ärgerlich, aber noch kein Beinbruch, ja, also du kannst da ja noch zurückkommen, wir haben es dann kurz vor der Halbzeit versucht oder Muslia hat es versucht, sagen wir es mal so, von Muslia und Stolze bin ich komplett enttäuscht, von denen hat man gar nichts gesehen im Spiel, in der ersten Halbzeit waren unsere Flügel nicht existent, Muslia ab und zu ein paar Läufen stolzer auch, aber wirklich was dabei rumgekommen ist nicht und gerade bei Muslia, der nach Vorbereitung gezeigt hat, wie hoch veranlagt er ist, ja, da war das einfach nur am Ende des Tages wirklich eine enttäuschende Vorstellung, kurz vor der Halbzeit hat er dann eine Szene, wo er gut aufzieht, in die Mitte geht, ja, und dann halt eben das macht, was er letzte Saison, was ich so oft bei ihm kritisiert habe, aber nicht den Kopf entscheidend hoch nimmt, sondern drauf zieht, ja, ist nichts draus geworden, nicht mal irgendwie großartig gefährlich und wenn man sich dann vor allem auch die Wiederholung, aber ich habe es in der Szene sofort auch gesehen, auf der rechten Bahn, komplett frei, mit freiem Zug in den 16er läuft Muroja, er spielt ihn aber nicht an, er muss den Ball nur in die Gasse legen und Muroja steht im 16er, kann im Zweifel den Rückraum legen, kann selber abschließen, wie auch immer, ja, Muslia knallt, aber lieber selber drauf und in den Karpaten und am Ende des Tages kommt eben nichts bei rum, damit gehst du in der Halbzeit, nach der Halbzeit dachte ich mir, gut, Simbo wird jetzt die richtigen Worte finden, da wird offensiv irgendwas kommen, dann kam erst mal ein Wechsel, den ich nicht so ganz verstanden habe, ich weiß nicht, ob Verletz vielleicht angeschlagen, verletzt war, bin mir nicht hundertprozentig sicher, so schlimm fand ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht, dass man ihn hätte auswechseln müssen, Lampti kam auf jeden Fall dafür rein, freut mich, ich mag Lampti sehr gerne, und ich glaube, dass man dem auch viel zutrauen kann, Ox kam dann auch rein, ich weiß gerade gar für Kerk, weiß ich auch nicht genau, woran das lag, also Kerk fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber Simbo wird sich irgendwas dabei gedacht haben, ja, blöderweise hat es dann 45 Sekunden gedauert in der zweiten Halbzeit, bis es 2-0 stand und mit einem 1-0, das ist eine Hypothek, die du noch aufholen kannst, ein 2-0 gegen den Gegner, der sich darauf versteht, tief zu stehen und dann zu kontern, wird es natürlich extrem schwierig, weil das hat natürlich den komplett in die Karten gespielt, die haben vorher die schnellen Leute Mumsi und Mamba vor allem, ja, das ist Wahnsinn, und die haben auch wirklich ihr Tempo gezeigt, aber ja, ich glaube, es war ein Einwurf, ich habe es gar nicht mitbekommen, ich habe mich gerade wieder hingesetzt, Abpraller und Verhub machten halt, ich habe vorhin gewarnt, ja, und ich weiß, vielleicht haben die 96 Spieler das Video nicht gesehen, aber das ist halt eine Schande, dass ihr es nicht gemacht habt, nein, Quatsch, Ball wird abgeprallt und Verhub, genau auch da wieder, der Abpraller kommt halt zu ihm, die haben halt das Glück, genauso wie bei der Ecke, dass der bald perfekt zu ihm kommt und er zieht den eben in eine lange Ecke, Zieler kann überhaupt nichts machen, aus knapp 10, 13 Metern, ja, und es steht 2-0, und wie gesagt, danach, ja, danach war halt das Spiel eigentlich durch. 96 hätte zurückkommen können, sicherlich bei 42 ein anderes Spiel, aber Rostock hat im Endeffekt das perfekt gemacht, weil sie haben sich hinten reingestellt, sie haben sich auf ihre Qualitäten berufen, sie haben die ganze Zeit 96 nicht wirklich spielerisch was aufziehen lassen, sind selber auf Konter gegangen und dagegen ist es halt schwer, was zu tun und 96, und da ist nämlich jetzt der entscheidende Punkt, hatte spielerisch auch in keinerlei Hinsicht die Mittel, um irgendwas zu tun, es war eine Katastrophe, was die gemacht haben offensiv, da war kein Spielwitz, da waren keine Ideen, es lag, glaube ich, auch daran, also wie gesagt, ich glaube, Kea könnte man nicht so früh rausnehmen dürfen, da war gar nichts mehr irgendwie, natürlich ist es jetzt auch bitter, Lampte und Ox zu bringen, wo vielleicht eine Idee hintergesteckt hat, und ja, nach einer Minute ändert sich das komplette Spielgeschehen, das komplette Konzept, die komplette Ausgangssituation, weil wie gesagt, das Spiel ist ein ganz anderes mit 0-2 als mit 0-1, vielleicht dann auch nicht das optimale Personal, ja, und wie gesagt, also viel rausgespielt haben wir nicht, es ging die ganze Zeit fast ausschließlich nur so ungefähr bis zur Grundlinie und dann mal in den Rückraum gespielt, es ging vielleicht mal bis zum 16er, aber alles Richtung Tor war entweder total ungefährlich, dazu komme ich leider nochmal, weil zwei Großchancen gab es zumindest, total ungefährlich oder halt überhaupt, also nicht zwingend einfach, ohne Willen wirklich mal in den 16er reinzugehen, die Flanken immer halb hoch auf den 16er oder viel zu weit nach hinten oder irgendwas und irgendwann hatten wir dann Weidand und Lampte drin und selbst die Standards kamen dann nicht gut, du musst die Standards doch nur hoch in die Mitte bringen, dass irgendeiner von den drei Kopfballstarken Spielern mit Franke, Weidand und Lampte, die wir da haben, in irgendeiner Form zum Ball gehen kann, bezeichnet Duxch, knallt den Ball, nachdem Kerk und Muslia dann am Ende auch raus waren, auf die andere Außenlinie so gefühlt, das ist halt wirklich qualitativ so schlecht und Standards sind nicht unsere größte Stärke klar, aber müssten sie eigentlich sein bei dem Spielermaterial, was wir haben. Also mit Kerk und Muslia sehe ich da deutlich mehr Potenzial drin, ist auch klar, aber in der ersten Halbzeit war die dickste Chance, von der wir wirklich reden können, als Ernst mit dem linken Fuß aufs Tor knallt und der Ball abgefälscht wird und dabei platzt und dementsprechend noch komisch aufs Tor rollt und der Torwart gerade so noch die Hand hinbekommt. Keiner, ob das gezählt hätte bei geplatztem Ball, ich weiß es nicht, aber am Ende des Tages war das wenig und in der zweiten Halbzeit wurde es halt nicht besser, es gab eine Situation, wo Moroja den Ball nochmal, ja, also er hat versucht zu schießen, erstmal war der Ball gut nach vorne gespielt von Muslia, der hat von links abgebrochen, ist dann komplett nach hinten gegangen, hat dann aber einen ganz guten Ball nach vorne gespielt, dann war so ein bisschen ein schnelles Kombinationsspiel, am Ende stand Weidand, dann hat den Ball ähnlich wie Benzema gegen die Schweiz bei der WM mitgenommen, mit der Hacke, mit der linken Hacke hinterm rechten Standbein, konnte ihn dann aber nur ablegen auf Moroja, der hat geschossen, hatte nicht genug Drive hinter Dux, konnte auch den Fuß reinhalten, aber auch nicht dolle, Ball ist aufs Tor gekullert und Kullerball konnten wir dann nochmal in einer späteren Situation, wo Suleimani auch eine dicke Gelegenheit hatte nach seiner Einwechslung, aber den Ball halt eben auch nur relativ schwach aufs Tor gebracht hat, also alles, was 96 gemacht hat, war entweder Kindergarten im Spielaufbau, weil da nichts geklappt hat, weil da keine Kreativität war, weil da kein Zug zum Tor war, gar nicht der Wille, gegen natürlich eng stehende Rostocker, die haben das hervorragend gemacht, das will ich nicht unterschlagen, aber der Anspruch sollte trotzdem sein, auch gegen solche Gegner in irgendeiner Form was bewegen zu können und wenn wir dann die Chance hatten, einen Abschluss zu kriegen, haben wir sie halt einfach nicht vernünftig aufs Tor gebracht, nicht mit Wille, nicht mit Überzeugung, nicht mit Kraft. Und das ist halt bezeichnend, weil wie gesagt, es war halt ein Offenbarungseid, weil einfach die Kraft irgendwie gefehlt hat, die Überzeugung, warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht, weil man sich teilweise in die letzte Saison versetzt hat oder versetzen hat lassen, vielleicht auch, weil Rostock wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, weil die Rostocker Fans total durchgedreht sind, wozu ich da auch nochmal kommen möchte. Ja, aber das war wirklich von vielen Spielern eine Katastrophe. Lampti kurz nach seiner Einwechslung oder relativ früh in der zweiten Halbzeit, dann stand es schon 2-0 mit einem Ballverlust, wo Stredi Mamba dann aufs Tor geht und, nee, oder war es Munzi, ich weiß es nicht genau, einer von den beiden auf jeden Fall, und fast das 3-0 macht, das war sein erster Lapsus, über den zweiten wollte ich gar nicht groß reden, mache ich aber gleich trotzdem nochmal, der war am Ende auch nicht spielentscheidend, aber ist schade, weil Lampti hat mir eigentlich, abgesehen von den beiden Wacklern, die er hatte, gut gefallen. Extrem stark am Ball, gut im Spielaufbau, gute Ideen nach vorne, auch mal den mutenlangen Ball zu spielen, relativ souverän, erinnert in vielerlei Hinsicht an Salif Sané, finde ich, spielerisch so. Natürlich noch nicht auf dem Level, nicht in der Qualität, aber mit dem Potenzial definitiv und ich hoffe auch, dass er viel Einsatzzeit bekommen wird. Blöderweise halt mit dem Lapsus und dann kurz vor Schluss nimmt er den Ball nicht richtig an, ja, im eigenen 16er, ich weiß nicht, ob das Kommando gefehlt hat, dass er einen Hintermann hat, dass er eben nicht so viel Platz hat, wie er wahrscheinlich dachte, verliert ihn dann ausgerechnet gegen den Ex-Blau-Gelben, gegen Nick Omladic und wie der den reinmacht, natürlich auch klasse. Super ärgerlich, macht das Ergebnis natürlich noch schlimmer, am Ende des Tages war es dann sowieso gelaufen, 90 plus 3, da wäre nicht mehr viel gegangen. Für ihn aber natürlich super bitter, weil in meinen Augen eigentlich ein vielversprechender Spieler mit super Potenzial, der auch nicht so einen schlechten Auftritt hingelegt hat. Ja, aber das macht es natürlich völlig kaputt, muss man einfach so sagen. Und ja, ich hoffe, das wird ihm nicht zu lange im Kopf rumschwirren, weil wie gesagt, Spielentscheidung oder Kriegsentscheidung war es dann auch nicht mehr. Ein bisschen weiter vorne fand ich dann aber, also, ich habe gerade schon mal gesagt, Kopf hochnehmen, Florent Musliat, der heute wirklich im Vergleich zur Vorbereitung, im Vergleich zum Bremen-Spiel einen absoluten Katastrophentag hatte. Das war wieder der alte Flore Musliat, den ich immer kritisiert habe, beziehungsweise den ich einfach nicht das zugetraut habe. Und das war heute wieder so ein Auftritt und dann, ich weiß nicht, welche Minute es war, 65. 70., kommt ein langer Flugball und was macht der Junge? Anstatt den anzunehmen und irgendwie, ich meine, er kann ja aus der Distanz schießen, dann ballert den halt drauf oder nimmt ihn an und macht irgendwas Vernünftiges damit. Er versucht ihn mit der Hacke weiterzuleiten, den Flugball, ohne ihn anzunehmen oder irgendwas. Und natürlich landet der nicht im Ansatz bei Huld, der auch gar nicht auf dem Weg war, sondern landet beim Gegenspieler und das ist halt eine Katastrophe. Folgerichtig direkt danach, das fand ich auch sehr gut von Zimbo ausgewechselt worden, dem kam dann dafür rein, aber da hat man halt schon gesehen, ey, das ist halt heute nichts mehr. Weyland dann irgendwann am 85. oder sowas, auch versucht, den Ball auf der rechten Außenbahn mit der Hacke irgendwie in den Lauf zu verlängern, auch völlig schief gegangen, nicht mal im Ansatz zum Mitspieler, wo ich mir auch denke, wirklich Weyland ist es nicht seine Kernkompetenz und auch nicht sein USP, also sein Unique Selling Point, dass er technisch in irgendeiner Form bewandert wäre. Beim besten Willen nicht. Der ist ein Brecher, der gehört in die Box und da musst du Flanken hinschlagen. Das hat nicht funktioniert. Die einzige Flanker, an die ich mich erinnern kann, die kam auf einen 16-Leiter-Versuch in der Brust abzulegen. Eine gab es noch, da hat er im Zweikampf, ist er dann irgendwie mit dem Brostocker zusammengestoßen, aber der Keeper hatte den Ball sowieso runtergefischt. Ich labere hier 14 Minuten und am Ende des Tages steht einfach nur, wir haben ein schlechtes Spiel gemacht, wir haben gut angefangen, wir haben aber nicht den notwendigen Zug gehabt, wir haben zwei unglückliche Gegentore sicherlich kassiert, wir haben auch nicht dramatisch schlecht gespielt, aber halt einfach komplett ohne spielerische Überzeugung, ohne spielerische Mittel, die es gebraucht hätte. Wir waren nicht gut genug, um das aufzuholen, wir haben nicht das schlechteste Spiel gemacht, was ich hier bei 96 gesehen habe, aber gut war es beim besten Willen auch nicht, in keinerlei Hinsicht, das kann man auch nicht verteidigen, weil am Ende steht ein 0 zu 3. Ja, und jetzt muss es gegen Dresden halt besser werden. Was ein Faktor war, was mich persönlich sehr genervt hat, die Rostocker Fans sind natürlich in einem Block, die sind auf einem Haufen, die sind extrem laut, die sind auch stark, man kennt ja die Rostocker Fans. 96 war relativ versammelt, aber das Einzige, was ich von den 96 Fans im ganzen Spiel gehört habe, beziehungsweise in der zweiten Halbzeit nach dem 0 zu 2, das Einzige, wo sie mal kurz lauter waren, als die Rostocker war, Kind muss weg. Und Leute, sorry, aber wir liegen 0 zu 2 gegen den Aufsteiger. Meint ihr nicht, dass das jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt ist, um sowas zu skandieren? Das bringt doch nichts. Also ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie das Anfeuer was gebracht hätte, ich kann auch die Resignation verstehen und die schlechte Laune der Fans völlig nachvollziehbar. Ich habe ja auch keine gute Laune, ich bin froh, dass sie nicht im Stadion war. Aber ja, das ist trotzdem bezeichnend, weil das halt zeigt, dass auch Rostock halt eben eine unfassbare Fanbase hinter sich hatte und dementsprechend natürlich noch mal mehr Push als 96. Das muss man eben ganz klar so sagen, wie viel Faktor das wirklich hatte, ist völlig dahingestellt und ich will ja den 96 Fans auch keinen großen Vorwurf machen, nur es ist halt noch ein weiterer Faktor, der dazukommt. Ich glaube, das versteht man ganz gut, was ich damit meine. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt auf Dresden. Es muss jetzt komplett alles umgedreht werden, eine komplette Reaktion gezeigt werden, David Wagner-Style. Ich bin gespannt, was Zimbo sagt. Ich vertraue dem weiterhin. Ist nur ein Spiel, 32 bleiben noch, alles ist gut. Aber für heute bin ich raus. Bis dann, macht's gut, haut rein, lasst es euch gut gehen. Und hoffentlich passiert sowas so schnell nicht wieder, weil mein Blutdruck hält das, glaube ich, nicht aus. Tschüss, Elgort. Juni! 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 Gruppe! Juni! So! Juni! Juni! Bis zum nächsten Mal.